Hey Freunde, Willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, wir sind jetzt in einer Mission. Das heißt, wir werden alle vier Missionen wieder zusammen mitzumachen. So. So, weiter geht's. Sollen wir erstmal das Gebiet machen? Oh Gott. Nicht schlagen. Aus. So, Verbände. Und, na, na, na. Na, ganz toll. Das war's. Finde. Okay. Finde oben. Mies. Solche frechen Zombies. Jetzt bin ich einfach auf dem Dach. Okay. Kein Problem. Da kommt gleich einer. Das hab ich gesagt. Da kommt einer. So, nehmt die Kabel. Zack. Nachladen erstmal. Und verwenden. Ähm. Geht da her. Geh jetzt zum Gebäude. Wo bin ich denn hier? Au. Aua. Was für ein Ding. Was bist denn du? Eine Puppe. Ein Stuhl. Keine Ahnung. Ein riesiger Bärenfutter. Du bist ein Baum. Hm. Ich kenn den. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Gruselig. So, wir gehen jetzt zum nächsten Auftrag. Vom Bürgermeister. Ist explodiert. Ach, hier ist ein Tresor. Schade. Schade. Zack. Schau, was beim ersten Heep. Ja. Ich bin da. So. Diese Runde sind mies, finde ich. Sie sind Schweinschmutter. Und deshalb. Hab ich irgendwas vielleicht eingesammelt? Ja. Die Runders sind sehr mies, finde ich. Die Fledermäuse halten aber auch leider so viel aus, finde ich. Ah, kacke. Come on, come on. Ah, zack. Genauso. Einfach die Zombies anlocken. Oh Gott. Nöööö. Gar nichts hat connect. Ja. Finde die Seile. Finde die Wind. Wind? Winde. Und zieh das Auto raus. Jetzt ist die Frage. Wie können wir... Einfach weg. Hau. Zack. 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 Ich geh wieder runter. Ich hab mir gedacht, da kommen jetzt Zombies. Oh, ist er lästig. Viele. Oh, der hält so viel aus. Wie ziehe ich das? Der Wagen des Bürgermeisters. Jetzt machen wir noch die Erinnerung von Rockt. Äh. Stell dich der Weg hin. Wie bewegst denn du? Dein Kollege oder was? Alter, wie schnell der ist. So war das Gebiet von Zombies. Der ist aufhört. Hör. Oh. Geh mir hier rüber. Ich werde dir keine Geschichte erzählen, warum der Rockett mich liebt. Wir reichen jetzt in die Vergangenheit, glaub ich. Ja. Äh, die Vergangenheit, ja. Vor fünf Jahren. So. Wir reichen in die Vergangenheit. Wir gucken jetzt in, na, was fünf Jahre später halt passiert war. Ich werde mich schon verpasst. Ok. Oh, da ist ein Tresor. Jetzt verstehe ich auch, warum der so sauer ist. Zwei Stunden später. Er ist weg. Fuck. Das erinnert mich an The Walking Dead. Irgendwie. Oh, wir sind schon wieder hier. Und der Dressort ist auch wieder da. Habe ich irgendeine Granate vielleicht? Ja. Die Tür ist verschlossen. Das sehe ich selbst. Macht Spaß, mich zu betäuben, wie keiner. Das ist mit mir. Ich würde mal sagen, das war knapp. Und hier durchdrehen. Hey, 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 hey. Ich wundere, dass die Zombies nicht tot sind. Oh, ich habe ein K.A.O. gehauen. Das sind aber viele. Und fertig. Wow, einer lebt noch. Und wo stehst du hier so 8K rum? Gift, das ist... Das ist nicht so weit. Oh,kette. hab ich hier nix ich hab nix oh god ok ich hab alles sehr lächerlich das richtige mit so wir sind fertig haben keine Aufträge mehr Begegnung verwerten so wir gehen erstmal zum Händler liefern unser ganzes Zeug ab das bringt uns 800 Tacken erledigt dann nehmen wir gleich noch das heißt so erledigt zum Bürgermeister gehen wir zum Bürgermeister gehen wir erzählen wir mehr dann nehmen wir den gehen wir zum Doktor liefern unser Zeug ab ok das war's mit den Aufträgen so Freunde wenn euch mal wieder gefallen hat diese Folge lasst doch gerne einen Daumen hoch da und ein Abo würde mich ganz sehr freuen und ciao ja 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 die die